Wir hatten nicht viel Zeit. In Anbetracht der Umstände, ist das eine gute Arbeit. Denkst du, es funktioniert? Natürlich, Dimitri. Ich meine, das denkst du doch auch. 100% positiv. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ihr Mistkelle! Wir schaffen es hier nie raus. Niemand ist hier jemals rausgekommen. Wieso sollte es uns gelingen? Weil das bei uns anders ist. Wir sind zusammen. Wir sind ein Team. Komm schon, du musst jetzt genauso stark sein, wie du es vorhin schon bewiesen hast. Hör zu, Anna, du musst mir vertrauen. Wir haben doch einen neuen Plan. Mann, wir wollen hier leben, wir wollen hier leben draus. Mann, wir wollen hier leben draus. Und ich breche mein Wort normalerweise mit. hat deine Mama. Hat deine Mama dir nicht gesagt, dass du dein Zimmer aufräumen sollst? Ich hatte ihn schon. Ich hatte ihn schon. Gott verdammt. Verflucht. Er hat uns die ganze Zeit beobachtet. Allt. 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 Oh, verdammt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020